Georgina Rodriguez, komplett nackt. So darf sie sonst nur Cristiano Ronaldo sehen von News, der Redakteurin Franziska Kais-Holler, die Waldfee. Georgina Rodriguez hat ihren Instagram-Fans am Sonntag einen wahren Leckerbiss für den Insall zog die Freundin von Cristiano Ronaldo komplett blank. So darf sie sonst nur CR sie zur schönsten Mittagszeit hat CR7-Freundin Georgina Rodriguez, 27, ihren Fans an diesem Sonntag einen echten Leckerbiss in Serviet. Dieser entstand im Rahmen eines Shootings mit der spanischen Ausgabe des Insall-Magazins, auf dessen März-Ausgabe Georgina der Caboza auf dem Konto zeigt sich die gebürtige Argentinien komplett nackt. Georgina Rodriguez nackt, CR7-Freundin sieht auf Instagram-Plant der Fernunghef, intime Einblicke auf den Traumkörper der 27-Jährigen zu erfaschen. Der Begleiter in trocknäglichen Nacktblitzer weiß das Model durch eine geschickt vor ihrem Körper platzierte Gucci-Handtasche zu verhindern. Ihre Haare trägt Georgina Rodriguez auf der Aufnahme zu einem strengen Zopp. Ihr Blick ist direkt in die Kamera gerichtet, wirkt beinahe herausfordernd. Aufgenommen hat das Bildfotograf Javier B. Freundin von Cristiano Ronaldo lässt im Insall-Magazin die Hüllen fallen. Bei den 23,7 Millionen Instagram-Fans des Models kommt das Foto unheimlich gut an. Binnen einer Stunde nach Veröffentlichung darf sich die Freundin von Fußballstar Cristiano Ronaldo bereits über mehr als 900 000 Likes freuen. An der wenig aussagekräftigen Bildunterschrift dürft Harpedia, also genug zu dem Tag, ist alles, was die 27-Jährige zu dem Bild schrieb, was die Fans hier einzig und allein benutzen. Dürfte klar sein, Anblick von Georgina's Nacktblitz Ihnen scheint es regelrecht die Sprache verschlagen zu haben. Stattdessen fluten Sie die Kommentarschritte mit Herzchen und fliehen, warum auch unnötig viele Worte verlieren, wenn auch ein Emoji-Bendet lesen Sie auf. Verführerische Perspektive Romajos Freundin präsentiert Prallekehrseite Folgen Sie Newsdurch schon bei Facebook und YouTube Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zu FKA NUSP www.hanschritte.com Amen. Amen.